Hallo ihr Hunde, ich habe großartige Neuigkeiten. Nein Spaß, aber jeder Mensch wird nun mal älter und man kann dagegen nicht viel tun. Man kann sich dagegen schützen, indem man sich so einen Bergkristall-Massagestab auf Ebay kauft und die steckt man sich in die Arschspitze. Achso, okay, ja wie auch immer, wie ihr wisst habe ich am 14. Dezember Geburtstag. Und das muss natürlich wie jedes Jahr gebührend gefeiert werden, mit einer Party die einfach alles hat. Sechs, Drucks, Rock und Roll, Tod, Leben, Geburt, Glück und Leid. Öffnet eure Chakren, macht euch auf das spirituelle Highlight des Jahres bereit, denn am 9. Dezember feiert euer Lieblingsboy sein 25. abgeschlossenes Lebensjahr. Ich freue mich auf euch alle. Möge das Licht mit euch sein und auf das euch die karmischen Thermiten in die Arztstraße leiten werden. Namaste. bis Cardi. Bisiscover die. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.